Super Spiel von der ganzen Mannschaft. Alle waren involviert. Erzähl uns ein bisschen, wie war es für euch? Ja, es war auf jeden Fall erstmal die Atmosphäre, was unsere Fans waren. Wir waren auf die Rüssel, da waren wir dagegen gehalten. Es war bis zum Augenblick ein offenes Spiel. Wir sind als Mannschaft auch getrieben, das haben wir uns vorgenommen. Und ich denke, heute hat man das gesehen, was wir spielen können. Wir müssen einfach so weitermachen. War das heute so ein Spiel, wo dann nochmal Pässe ankamen, die sonst im Spiel nicht rundherum nicht ankamen? Da waren so No-Loopinger dabei, die sonst vielleicht nicht da waren. Lieb es einfach heute? Ja, ich denke heute. Pass auf, bringe Pässe dich mal. Pass auf. Ich denke, heute war nochmal extra Motivation. Wir wollten uns auch selber heute zeigen. Und ja, was immer. Für das heute festen Platz in der dritten Reihe. Ist das was, wo du jetzt ein bisschen auch Belohnung dafür bekommst für die Leistung, die man gesehen hat von dir? Ja, ich hoffe darauf. Ich versuche jeden Tag meine Leistung zu bringen. Und ja, ich versuche einfach hier im Team zu bleiben, hier eine feste Rolle zu erarbeiten. Und einfach mein bestes Leben. Vielen Dank.